Das ist sehr interessant jetzt. Oh ja. Wo wurde ich jetzt hier gefangen genommen? In der Auto geschleppt. Nein. Ich will nicht. Aua. Das war ins Gesicht. Ich will ihn abschießen. Wo bist du hässlich, ey? Ein Handy. Als ob die Tasse darauf in echt halten würde. Oder der Becher. Wo fahren wir hin? Ich will ihn. Ich will ihn auf den Zivilisten abzuballern. Das ist schön hart. Ah, ballert sie ab. Puh. Ploch. Headshot. Ploch. 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 Das ist ein Standbild, das sieht natürlich sehr toll aus. Kann es nicht sein, dass ich nur eine Runde überfahren bin und jetzt wieder hier bin? Das hat sie gemacht. So ein Hurensohn. Tritt er mir einfach ins Gesicht. Ich bin ja schon wieder mit irgendjemandem gefangen. Boah ey, das regt ja langsam auf. Guten Tag. Ich will aber nicht. Ich bin ja schon wieder mit dem Hurensohn. Ich bin ja schon wieder mit dem Hurensohn. Ich bin ja schon wieder mit dem Hurensohn. Und drei ist, das ist unmöglich. Captain Price, Al-Assad hat gerade Präsident Al-Fulani im Fernsehen hinrichten lassen. Die Armees haben Pläne für Al-Assad und für Al-Fulani können wir nichts mehr tun. Aber in weniger als drei Stunden wird Codename Nikolai in Russland hingerichtet. Nikolai, Sir? Nikolai ist unser Informant bei den Ultranationalisten. Er hat uns die Daten für die Frachtschiff-Operation besorgt. Nikolai ist mitten in der Hölle und wir werden ihn rausholen. Wir vergessen unsere Freunde nicht. Bewegung! Jo. Das werden wir aber auch machen. Tag 2. Die Loyalisten erwarten uns etwa einen halben Kilometer örtlich. Das war's aber auch jetzt erstmal wieder von Let's Play Call of Duty 4 Modern Warfare. Dann bis zum nächsten Mal. Dann sehen wir uns hier wieder. Also, bis dann.